Hallo, da bin ich wieder und wieder beim Infovideo und das ganze mache ich, weil ich eine gute und eine schlechte Nachricht habe. Die gute für mich, die schlechte für euch. Die gute Nachricht ist, ich fange am Montag wieder an zu arbeiten. Die schlechte ist, deswegen komme ich jetzt in der nächste Zeit nicht mehr zum Aufnehmen. Und habe natürlich auch vergessen, den letzten Partner von Diablo 1 aufzunehmen, wo ich Diablo töte. Oder er mich. Weswegen sich das auch wieder etwas verzögern wird. Sonntag kommt, wie gewohnt, kein Part, weder von Varianent noch von Diablo. Aber am Montag geht es dann wahrscheinlich nur mit Varianent weiter, weil... Der Teil nicht gleich hochladen muss Teil 24 sein. Wo ist meine Notiz? Notiz 24, ja, 25 sind schon auf Nummer 6. Also Teil 24, lasst jetzt gleich hoch. Und es wird erstmal der letzte Teil sein, bis ich dann wieder Zeit zu spielen habe. Es wird wahrscheinlich auch nächstes Wochenende sein. Weil ich muss jetzt erstmal einarbeiten. Ist auch etwas weiterer Weg. Ich muss von mir zu Hause mal eben so zwei Stunden quer durch MRB. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch irgendwann demnächst noch ein Umzug anstehen, damit ich näher an die Arbeitsstille herankomme. Weil so zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück ist dann doch ein bisschen viel. Vor allem mit der Bahn. Gut, wollte ich euch nur wissen lassen, war wieder etwas kürzer. Und ich denke, wir sehen uns. Ciao, ciao.